Moin Moin und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir für heute rausgesucht von EXPLODE, die Lowrider Batterie. Ist eine Neuheit dieses Jahr auf dem deutschen Markt. Und das Ganze hier hat circa 9 Schuss und circa 52 Gramm NEM. War auch nicht so wirklich teuer, ich glaube 3 Euro oder so. Das ist schon ganz okay. Ich bin mal gespannt, wie die EXPLODE Batterien so sind und ich würde sagen, wir gehen raus. Tschüss! Ich bin mal gespannt, wie die Ereignisse. Ich bin mal gespannt, wie die Ereignisse. Ich bin mal gespannt, wie die Ereignisse. Vielen Dank.